Der G7-Gipfel, die Weltwirtschaft und Griechenland. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Marcel Fratscher, vom Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ich grüße Sie. Guten Tag. Sie haben eine Investitionslücke in Deutschland ausgemacht und haben errechnet, dass etwa 100 Milliarden Euro jährlich investiert werden müsse, um die deutsche Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Welche Prioritäten würden Sie vor allem setzen? Spielt die Digitalisierung da wirklich eine so große Rolle? Es gibt in vielen Bereichen, in denen wir zu wenig investieren in Deutschland. Wir investieren deutlich weniger als die anderen Industrieländer. Das gilt bei den öffentlichen Investitionen. Wir brauchen mehr in Verkehrsinfrastruktur. Hier haben wir große Lücken. Aber auch in der digitalen Infrastruktur, also in privaten Bereichen, digitale Infrastruktur, Energie, auch die Rahmenbedingungen neu zu setzen, sodass mehr private Investitionen zum Beispiel von jungen Unternehmen entstehen kann. All das sind wichtige Bereiche, damit Deutschland zukunftsfähig wird. Also nicht nur heute, sondern auch in 10, 20 Jahren ein attraktiver Wirtschaftsstandard ist. Wir müssen also heute die Grundlage legen, damit wir auch in 20 Jahren Wohlstand sichern können. Und hier steht Deutschland im internationalen Vergleich extrem schlechter. Woher aber, fragt man sich, soll das Geld kommen? Die 100 Milliarden klingen ja erstmal nach einer großen Summe. Sind sie aber nicht. Denn wir als gesamte Volkswirtschaft haben jedes Jahr 250 Milliarden Euro, was wir als Nettoersparnis haben. Also diese 100 Milliarden sind knapp 40 Prozent von dem Geld, was wir an Ausländer verleihen, ausländische Unternehmen und Staaten. Und das Argument ist, wenn wir diese 100 Milliarden Euro von den 250 Milliarden Euro nehmen würden und in Deutschland investieren würden, dann würden wir damit natürlich auch Produktivität verbessern. Die Löhne für Arbeitnehmer könnte stärker steigen. Die Produktivität, das könnten gute neue Jobs geschaffen werden. Langfristig würde das das Potenzialwachstum der deutschen Volkswirtschaft verbessern. Also von der Finanzierungsseite her gibt es überhaupt kein Problem. Hier ist mehr die Frage, wie können wir die Gelder, die wir im Ausland investieren, sinnvoller hier in Deutschland ausgeben. Sie sprechen da in diesem Zusammenhang auch von Bürgerfonds, also Bürgerbeteiligungen. Wie soll das gehen? Die Idee von einem Fonds ist, dass sowohl institutionelle Anleger wie Versicherer, aber auch Banken, aber auch der private Bürger in einen solchen Fonds investieren kann. Dieser Fonds sammelt Gelder und gibt dann zum Beispiel an Kommunen diese Gelder weiter, um ihnen zu ermöglichen, Investitionen zu tätigen. Wir haben gerade bei den Kommunen eine riesige Investitionslücke, knapp 130 Milliarden Euro an aufgelaufenen Investitionen bei den Kommunen, die in den letzten Jahren nicht getätigt werden konnten. Also hier gibt es den Bedarf, endlich auch den Kommunen stärker zu helfen, dass sie ihrer Aufgabe nachkommen können. Aber auch der private Bürger, der kleine Mann und kleine Frau auf der Straße soll sich hier beteiligen können, denn für den ist natürlich das Geld auf dem Sparkonto liegen zu haben, im Augenblick extrem unattraktiv. Geben Sie doch bitte mal ein Beispiel. Wie soll das genau funktionieren? Wie kann ich mich als Bürger da engagieren? Wie soll das gehen? Die Idee ist, dass man einen öffentlichen Fonds nimmt, also der aus öffentlicher Hand gemanagt wird. Der nimmt auf der einen Seite verschiedene Projekte, sagen wir mal Schulprojekte von den Kommunen, 100 Schulprojekte verschiedener Kommunen, bündelt die in einem Fonds und sagt dann Investoren, also privaten Institutionen, aber auch einzelnen Bürgern, ihr könnt euch an dieser Finanzierung beteiligen. Damit ist das Risiko natürlich dann auch für jeden einzelnen Investor sehr gering, weil man halt viele Projekte hat und ermöglicht dann dieses Geld, diese Ersparnisse von den privaten Investoren und privaten Bürgern dann zu den Kommunen zu kanalisieren. Natürlich würde das auch nicht bedeuten, dass jetzt eine große, sehr hohe Rendite dabei herausspringt. Das sollte uns bewusst sein. Aber wenn ich als privater Bürger anderthalb oder zwei Prozent Rendite bekomme, anstelle null Rendite auf dem Sparkonto, kann das auch für mich als Bürger doch durchaus attraktiv sein. Und ich kann dazu natürlich auch noch den Kommunen helfen, in der öffentlichen Infrastruktur, öffentlichen Schulen zum Beispiel, ihrer Aufgabe besser nachkommen zu können. Sie haben eingangs gesagt, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenig investiert. Das ist ja auch dann, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Kritik an die Bundesregierung. Das ist eine Kritik an die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat sich mit dem Koalitionsvertrag vorgenommen. Wir wollen zumindest auf den Durchschnitt der OECD-Länder kommen, was die Investition betrifft. Das sind knapp 90 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen, privat und öffentlich. Diese Lücke hat die Bundesregierung noch nicht geschlossen. Sie muss also hier deutlich mehr tun, um diesem Versprechen des Koalitionsvertrags nachkommen zu können. Und darauf warten wir im Augenblick noch. Sicherlich, die Bundesregierung hat mehr Gelder für Kommunen versprochen. Das ist ein erster Schritt. Aber Tatsache ist auch, wir sind weit davon entfernt, dieses Ziel der Bundesregierung zu erreichen. Was erwarten Sie von dem G7-Gipfel in diesem Zusammenhang? Ich erwarte von dem G7-Gipfel natürlich erstmal die aktuellen Probleme zu lösen. Das ist die europäische Krise. Wir sind immer noch tief in der Krise drin. Nicht nur Griechenland, viele andere Länder haben nach wie vor große Schwierigkeiten. Frankreich, Italien sind zwei Beispiele. Ich hoffe, dass die Amerikaner uns ein bisschen auf die Finger klopfen, uns Europäern, und zu sagen, kriegt das jetzt endlich mal hin, greift die richtigen Maßnahmen, dass wir endlich aus dieser Krise herauskommen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass man eine langfristige Perspektive hat, dass die G7-Länder sagen, wir müssen sicherstellen, dass wir auch gutes Wachstum und Wohlstand in 10, 20 Jahren sichern können. Diese schwachen Investitionen ist gerade ein Problem von Deutschland, aber auch von allen anderen Ländern. Deshalb gibt es hier ein gemeinsames Interesse. Und wir sollten ganz konkret überlegen unter den G7-Ländern, wie können wir besser miteinander kooperieren, um Investitionen zu stärken, damit gute Jobs zu schaffen, die Arbeitslosigkeit in vielen Industrieländern zu reduzieren und letztlich langfristig Wohlstand zu sichern. Sie haben gesagt, wir sind noch lange nicht raus aus der Krise in der Europäischen Union und in der Eurozone. Sie selber haben einen Vorschlag gemacht, wie man mit Griechenland umgehen kann, dass nämlich Griechenland nur Zinsen zahlen muss, wenn auch Wirtschaftswachstum generiert würde. Das würde ein Stück weit Eigenverantwortung den Griechen geben. Warum ist so etwas denn eigentlich nicht umgesetzt? Das Problem ist, dass wir nach wie vor die griechische Regierung jede Kooperation ablehnen. Es ist klar, natürlich müssen wir den Griechen weiter helfen. Griechenland wird die nächsten Jahre weiterhin Gelder benötigen. Aber es muss auch klar sein, das muss eine Gegenleistung geben. Und diese Gegenleistung heißt, die Reform fortsetzen. Tatsache ist auch, mit knapp 180 Prozent Staatsverschuldung ist der griechische Staat praktisch insolvent. Und hier ist es wichtig, auch zu überlegen, wie können wir diese Schulden langfristig nachhaltig machen. Und hier sollten wir den Griechen eine klare Anreize setzen. Wenn ihr endlich die richtigen Reformen macht und wieder Wachstum schafft, dann unterstützen wir euch und machen es damit für euch leichter, indem wir die Zinszahlung an das Wachstum koppeln, damit ihr endlich Eigenverantwortung übernehmt und die richtigen Reformen umsetzt. Professor Marcel Fratscher, Präsident des DEW, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank.